Du 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 Hallo, wir haben uns ja seit längerem nicht mehr gesehen, weil mein altes Handy kaputt gegangen ist. Deshalb konnte ich diese Folgen schon lange nicht mehr machen. Aber ich weiß nicht, wie schlimm es ist. Also ich finde es nicht so schlimm. Jetzt gehen die von mir wieder weiter. Und es hat sich seitdem ganz schön viel verändert. Ich glaube, ich zeige es euch mal. Zum Beispiel, die Charaktere wurden vermehrt. Und zwar Herr Schwarzenbach hat jetzt wieder eine neue Frau. Die heißt Sonja. Sonja, komm mal. Ja, was ist, Malte? Ich will dich vorstellen. Ah, hallo, ich bin Sonja. Ich bin die Frau von Herr Schwarzenbach. Ja. Okay, ihr könnt jetzt wieder gehen. Okay. Aber auch du, Herr Schwarzenbach. Ja, gut. Malte sieht jetzt auch anders aus. Also nicht ganz anders. Also seine Kleidung und so haben sich nicht verändert. Aber er hat jetzt eine neue Käppi. So kennt ihr ihn nicht. Also er ist jetzt eher ein Künstler und so. Komm mal her, Malte. Ja, was ist, Malte? Ich wollte dich jetzt vorstellen. Sie kennen mich doch aber alle schon. Ey, aber du hast jetzt eine neue Käppi. Ah ja, findet ihr sie cool? Dann sagt es mir doch gerne in die Kommentare. Das wäre nett. Dann geh wieder, Malte. Mach weiter, womit du gemacht hast. Okay. So, und ich habe zwei neue Schwestern. Die verbringen am liebsten beim Pool. Und das Haus hat sich auch verändert, dass ihr es wisst. Beim alten Haus wohnt jetzt Lukas drin. Das zeige ich euch dann auch. Ich werde euch die ganze Stadt noch zeigen. Aber als erstes zeige ich euch meine Schwestern. Schwestern, kommt her. Ja, was ist, Malte? Was ist denn, Malte? Ja, ich wollte euch vorstellen. Du hast einen YouTube-Kanal? Ja, noch nicht gewusst. Also, äh, äh, was wollte ich jetzt sagen? Stimmt, das sind meine Schwestern. Das war's, Malte? Ja. Stille Leere. Und meine Nachbarin Hanna ist gerade im Urlaub. Aber sie kommt sicher bald wieder am Samstag. Also, bis dahin sehen wir sie schon. Ich stelle sie dann euch noch vor. Also, ihr dürft jetzt gehen, Schwestern. Okay. So, ihr wolltet ja jetzt unser Haus sehen. Das zeige ich euch jetzt. Musik Und nun das Haus von innen. Mein Zimmer dürft ihr als erstes sehen. Dann kommt Maltis. Dann haben wir ein Wohnzimmer. Dann kommt unser Badezimmer. Dann haben wir noch eine Küche. Und Mama und Papas Bett. Und noch mal ein Wohnzimmer. Und als erstes meins. Jetzt Maltis. Jetzt geht es runter ins erste Wohnzimmer. Dann ins Badezimmer. Dann ins Schlafzimmer von Mama und Papa. Und nun die Küche. Dahinter ist das Wohnzimmer. So, wie hat euch das Video gefallen? Ich hoffe es war gut. Aber in der nächsten Folge zeige ich euch die ganze Stadt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie das Video war. Und lasst mir gerne ein Like da. Und abonniert meinen Kanal. Tschüss.